Was war ein bisschen hippiemäßig angehaucht oder ein Freak, wie wir damals gesagt haben. Ich war jemand, der kein großes Interesse an der Gesellschaft hatte, beziehungsweise auch kein großes Interesse daran hatte, ein konventionelles Leben innerhalb dieser Gesellschaft zu leben. Und ich wusste aber auch nicht konkret, was ich anderes machen hätte können oder wollte. Ich war ein typischer Neinsager, ein typischer Ablehner dessen, was da ist, aber auch nicht mit konstruktiven Alternativen. Ich habe damals in München gelebt, und ich kann mich gut erinnern, wie innerhalb von zwei, drei Jahren der gesamte englische Garten rot gewandet war. Und hunderte von Sanyassins dort rumgelaufen sind. Leute, die früher Hans, Franz oder Uli hießen, hießen auf einmal Anand oder Schrawanu oder wie auch immer. Und ich glaube schon, dass das auf alle Fälle ein Zeichen der Generation war und dass viele Leute sich mit Spiritualität beschäftigt haben. Ich glaube, dass viele Leute immer noch suchen. Und ich glaube auch, dass ihnen die Suche eigentlich besser behakt als das Finden. Denn die Suche selber hält immer Optionen offen. Bei der Suche braucht man sich niemals committen oder man braucht sich niemals bekennen. Bekennen.